Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Maike Ruben-Dietrich, arbeite seit 18 Jahren als spiritueller Berater, bin Medium mit einer weltweit einzigartigen vererbten Gabe, nämlich in der siebten Generation, das gibt es sonst nirgends. Diese Gabe wurde auch mehrfach getestet in verschiedenen Testings und die gibt mir die Fähigkeit, in Deine Zukunft zu sehen. In Deiner Akasha-Chronik zu lesen, in Deinem Schicksalsstrom die Bilder Deines Lebens zu erkennen. Dazu habe ich bei Elisabeth Tessier Astrologie gelernt und bei meiner Mutter, die ja auch jetzt seit 45 Jahren das Ganze natürlich macht. Meine Großmutter war die bekannteste Wahrsagerin in West-Berlin gewesen und da saß ich schon als Kind auf dem Schoß von Hildegard Knef und von Brigitte Mira, von Harald Junkel, Horst Buchholz und so weiter und so fort. Und ja, ich freue mich, dass ich diese Tradition meiner Familie weiterführen darf, vor allen Dingen auch den Bereich, den magischen und den energetischen Bereich mit meinem wunderbaren Energie-Matrix-System, was ich habe, was es auch nur bei uns in der Familie gibt und nur bei uns auch die Original-Goldenergie gibt. Und die Goldenergie seht ihr hier in Form dieser wunderschönen und wunderbaren Pyramide. Ja, das ist also wirklich die neue starke Lichtfrequenz und die gibt euch Lebenskraft, Lebenslust, immer wieder gute Laune, Lebensenergie und es ist, ja, vergolde dein Leben mit der Goldenergie. Hinzu kommt mein Kreuz, was ich auch immer jeden Tag trage, mit den Bergkristallen, das einem Schutz und Klarheit und Kraft gibt und natürlich auch sehr gut die eigene Intuition stärkt und führt. Es brennt eine kleine Räucherung mit Salbei für die Klärung. Dann ein Energie-Button, den ich euch ins Herz legen will, auch aus der Erfahrung meiner Familie heraus, gerade so im Hinblick auf Weihnachten ist vielleicht Frieden doch eine ganz, ganz, ganz gute Geschichte. Bei uns geht es meistens etwas lauter zu an Weihnachten. Wenn ihr ähnliche Familienerlebnisse habt, holt euch noch ganz schnell diesen Energie-Button. Klebt ihn auf an einem Raum eurer Wahl. Das sollte sichtbar sein. Ihr könnt ihn auch an den Türrahmen kleben, dass ihr immer wieder durch das Tor des Friedens geht. Den Button Liebe, einmal würde ich ihn holen für dich und einmal für die Dualseele und bitte klebt die Buttons auf. Nur dann entfalten sie ihre volle energetische Wirkung. Wichtig, Anti-Zweifel. Wenn du noch Zweifel haben solltest, in irgendeinem Punkt oder immer wieder, dann in Vertrauen gestört, das ist das der Button, auch auf ein Bild von dir kleben. Und wenn du sagst, Mensch, ach, ich brauche noch ein bisschen mehr. Der Thomastag ist die Monatsteremonie für 20 Euro. Thomas, der ungläubige Thomas, der auch sein Glauben durch die Marienerscheinung wiedergehabt hat. Und ja, so wirst auch du wieder von mir ins Vertrauen geführt. Das fällt der Zweifel in deinem Energiesystem, in deinem Energiefeld. Klären wir, stabilisieren wir, sodass du wieder vertraust und keine Zweifel mehr an deinen Wünschen und deiner positiven Zukunft hast. Was ich super finde, wollte ich dir auch nochmal zeigen, gibt es auch alles unten im Shop, unten verlinkt, ist der Energie Repetix Pen zum Anhängen. Ich trage den super gern. Und damit kann man auch immer wieder über sein Foto zum Beispiel gehen, mit der Energie, aber der hat einen kleinen Clou, den kann man nämlich aufschrauben. Und man kann dann einen kleinen Zettel da reintun und das Ganze mit seinen Wünschen bestücken und auch tragen. Auch hier, ich gehe immer über den Seil weit rüber, mit allen Energiewerkzeugen, die ich habe. Das reinigt immer wunderbar aus. Auch die Räucherungen gibt es natürlich unten im Shop. Das ist das Kreuz, das mir die Stärke gegeben hat. meinen Neuanfang und es war ein sehr großer Neuanfang, in dem ich mich von Adwiko und AstroTV getrennt habe und nur noch für euch da bin. Deswegen brauche ich auch ein bisschen eure Unterstützung. Teilt gerne mal meine Videos, wenn sie euch gefallen, auf euren Kanälen, in den sozialen Netzwerken. Macht vielleicht Freunde, die auch ein spirituelles Interesse haben oder vielleicht auch in einem Dualseelenprozess sind, darauf aufmerksam und da würde ich mich freuen, wenn ich mit euch jetzt wachsen kann in eine neue und vor allen Dingen vergoldete Zukunft. Und jetzt schauen wir uns mit ganz viel Freude die Flammen der Liebe an. Sei dabei jetzt in meinem Orakel. Ich habe mich nochmal dazu entschlossen, für euch heute einen Wording-Orakel zu machen. Ihr kennt ja bereits mein Säckchen, da kommen immer wieder neue Worte rein, die mir immer wieder in Beratungen auffallen. Dann schreibe ich mir die mit und dann drucke ich mir die aus und dann kommen die hier in das Säckchen hinein. So, da haben sich schon ganz viele angesammelt. So, jetzt holen wir mal das erste Wörtchen heraus. So, die Treue. Also, da seht ihr schon mal. Da haben wir wirklich die Treue gezogen. Also, wir gehen hier wieder so vor. Eine Karte für dich, zwei Lenormor-Karten für dich, zwei Lenormor-Karten für ihn, eine Tarot-Karte für ihn und natürlich das Gemeinsame. So, und genau so möchte ich es eigentlich auch gestalten und wir schauen uns das an. So, für das Thema Treue bei dir, für ihn und für euch beide. So, und natürlich nehmen wir meine Lenormor-Karten, die es auch unten gibt. Die hatte ich in zwei Jahren selbst gemalt. War eine Heidenarbeit, aber es sind genau nach meinen Vorstellungen ja, geworden. So muss man es eigentlich jetzt sagen. und das ist natürlich sehr schön. Und auch hier fächern wir auf und ziehen. So, ihr merkt, die sind schon gut benutzt. Die rutschen gar nicht mehr so gut. So, und das war es auch schon. Dann würde ich sagen, schauen wir in das Orakel jetzt einmal hinein. Immer wieder zurück auf das Thema, immer wieder zurück auf das Thema der Treue. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das also immer wieder uns verinnerlichen. Es geht um diesen Punkt, ja. So. Dann schauen wir das mal bei dir an. So. Und ich habe für dich erstmal die drei Kelche gezogen. Die drei Kelche ist so die klassische Vater, Mutter und Kind Karte im Tarot. Das bedeutet also auch, dass du treu, also du bist deiner Vorstellung treu. Du würdest vielleicht gerne eine Familie gründen. Du würdest vielleicht gerne eine Einheit mit ihm, mit ihm bilden, ja. Und da hineingehen. Und das ist natürlich eine unglaublich wichtige Karte in diesem Fall. Denn, ähm, man muss sich a, natürlich selbst treu bleiben. Das ist mal das eine. Aber auch wenn die Situation um dich herum gefestigt ist, ja, dann kannst du wirklich auch treu sein. Und das ist das, was er auch wirklich begreifen muss. Es ist Glück in der Liebe. Also, wenn alles harmonisch läuft, ja, ähm, alles in Wonne, in Großzügigkeit, mit einem Happy End vielleicht auch einfach da ist, dann kannst du treu sein. Und das ist das, was dir Stabilität gibt, ja, was dir Halt gibt, ja, was dir, ja, die Fülle, die Hülle und Fülle sozusagen reingibt, ja. Und Drei-Kelche ist wirklich eine klassische Familienkarte. und jetzt schauen wir uns an, was, so, Treue ist aber auch hier. Wir haben den Turm und wir haben den Brief dabei, ja. Ähm, was mir jetzt in diesem Falle sagt, na, jetzt blendet es ein bisschen, ein bisschen schade. Hm, so ist ein Hinlegen weiter hoch. Ja. So, was mir denn eigentlich sagt in dieser Position, dass dass der Turm, dass die Treue ein karmisches Problem von dir ist. Das sagt mir hier der Turm. Denn es ist etwas Alt-Mitgebrachtes. Und der Turm ist immer auch die Trennung. Das heißt, du wurdest immer mal wieder mit dem Thema eines Treuebruchs konfrontiert. dadurch, ähm, bist du von Natur aus eben sehr misstrauisch geworden. Was jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes ist, ja. Aber, man muss natürlich sagen, dass du dadurch vielleicht auch gewisse Zwänge entwickelt hast, ähm, gewisse Rückzugsphasen, neigst zu bestimmen, zu kontrollieren auch, ja, das sagt der Turm, das ist wirklich also auch da. Ähm, und darüber solltest du also sprechen, ne. Du solltest das wirklich klar definieren. Also, hier sagen die Karten, definier das mal ganz klar, wo sind deine Verletzlichkeiten aus deiner Vergangenheit heraus. Und das wäre also schon eine ganz ungemein wichtige Geschichte, das zu tun und dem zu folgen, ja. So, jetzt gucken wir aber erst mal bei Ihnen, bevor wir uns das Stäpelchen hier anschauen. Was bedeutet für ihn Treue? So, und ich habe Justitia gezogen, ja. Ähm, so, das ist die Mäßigkeit, ja. Also, ihr seht wirklich diese Waagschale, ja, die Justitia hier füllt, ja, und abwägt, ne. Also, A, braucht er hier einen ganz gerechten und klaren, äh, klare Entscheidung. Er muss sich, ein klares Bekenntnis zur Treue muss also da sein. Das muss also auch für ihn sehr ausgewogen sein. Denn sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht für ihn. Ähm, das heißt, jeder muss hier seinen Teil, auch sein Päckchen, das er mitgebracht hat, in die Waagschale mit hineinwerfen. Und, ähm, und das ist eben dieses ganz, 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 ähm, wichtige ist, diese Waagschale im Ganzen. Es muss einfach für ihn ausgewogen sein, ja. Und, ähm, und das ist so die Gerechtigkeit eben, die Gerechtigkeit, es muss gerecht sein. Er mag es überhaupt nicht ungerecht. Die Karte heißt ja in vielen Tarotiks auch Gerechtigkeit, ja. Und, hier ist es so, ähm, ähm, dass er wirklich, ja, möchte ich sagen, ein kräftemäßiges Gleichgewicht erleben möchte. Und dann kann er auch treu sein. Er möchte aber auch nicht konfliktscheu sein. Er möchte sich nicht vor Diskussionen verstecken. Er möchte ein ungetrübtes Urteilsvermögen, eine hohe Kompromissfähigkeit, eine Ausgewogenheit, ja. Das ist für ihn wichtig, weil das ist das klare Bekenntnis zum Partner, ja. Und, ähm, und das finde ich wiederum ist so das Schöne an dieser Karte, denn sie hat wirklich, sie zeigt einen fairen Ausgang, sie zeigt Aufrichtigkeit, sie zeigt aber auch das Loslassen von alten Denkmustern und Gewohnheiten. Und wenn ihr in dieses Dual, in diese Verbindung, in die Einheit gehen und kommen wollt, dann ist es ungemein wichtig, dass ihr, dass alles, was ihr auch am Negativen habt, in diese Waagschale reinwerft, ja, der Gerechtigkeit, um da einmal so ein bisschen Tabula rasa zu machen, ja. Ja, Treue erfordert für ihn mit dem Bär Kraft, er ist auch derjenige, der gerne das Ganze natürlich auch bestimmt, das seht ihr auch am Berg, ja, er hat auch hier seine Erfahrungen gemacht, ja, Angst, Kontrolle zu verlieren, ist der Berg in dieser Position zu deuten, das ist einfach so, vielleicht wurde er auch, auch vielleicht durch dich immer mal wieder kontrolliert und ein bisschen gestalkt, vielleicht auch in den sozialen Medien oder Ähnlichem, aber, ja, ihr könnt beides aufbrechen, wenn ihr beides jetzt spiegelt, dann bricht der Turm den Berg, ja, und dann habt ihr kraftvolle und gute Gespräche hier drin und das ist doch wiederum, finde ich, etwas sehr, sehr, sehr Schönes. So, die Treue für euch beide, haben wir den Pagen der Kelche dabei und Entschuldigung, den Ritter der Kelche, pardon, habe ich mich vertan, das war Christoph vor kurzem auch mal in einem Video passiert, wurde dann so, also der Ritter der Kelche und der Ritter der Kelche, wir müssen den jetzt nicht als Person deuten, sondern als Ereignis und da ist es die Anregung, da ist es der Fortschritt, da Treue bringt Fortschritt, ist auch immer die Karte für eine neue Liebe, für eine neue Phase auch in eurer Liebe, die hier kommen wird und die sich richtig positiv zeigt. So, ja, Transformation, Altes hinter sich lassen, wow, also da müssen wirklich auf beiden Seiten, das sagt zu dir die Sense zu ihm, die Sense zeigt aber hier dann wieder, dass diese Blockade dadurch gelöst wird, dass man diese Chance ergreift, ja, und auch du kommst aus deinem Schneckenhaus hier heraus und wirst einen Transformationszyklus erleben und das ist doch schon mal finde ich für die Treue, für diese erste Position hier, eine unglaublich tolle und schöne Geschichte. Schauen wir uns gleich das zweite Wort an und ich hoffe, ihr bleibt dabei. So, wir schauen, was für ein Wort jetzt heraus will aus unserem Wörtersäckchen. Obacht, das finde ich nämlich ein tolles Wort, Obacht, ich hoffe, dass jeder die Bedeutung weiß, also im Großen Ganzen heißt es Achtung, ja, der erhobene Zeigefinger und Obacht, sagt man also wirklich so eher im süddeutschen Raum, aber ich finde es super und da ich ja viele Kunden aus dem süddeutschen Raum habe, kennen die das und benutzen es auch. So, gleiches Spiel wieder, wo musst du aufpassen, wo muss er aufpassen und was ist das gemeinsame Thema, was mit einem Achtungszeichen versehen ist, ne? selbiges Spiel wieder mit den Lennormor-Karten getzelt und so na, irgendwie wollte ich die haben und ich will die so okay, worauf müssen wir aufpassen? Nehmen wir das Mittelthema erstmal raus, erstmal euch beide, ja, Obacht, ja, worauf musst du aufpassen? Jetzt werden wieder viele sagen, oh toll, eine Stabkarte, weil ich ja die Stabkarten so, aber Stab 9 ist eine Karte, die immer eine gewisse Verhärtung zeigt, ja, diese Karte zeigt eine Abwehrhaltung, eine Verzögerung, das ist auch Widerstand, das ist Vergangenheitsbewältigung, da können sich mal die Fronten verhärten, ja, und A, musst du hier aufpassen, dass du nicht zu sehr in der Vergangenheit drin bist, sondern dass du dir, wie er hier auch mit seinem kleinen Fernrohr eine Perspektive behältst, dass du in der Perspektive bleibst, das heißt auch hier immer den Weg in das Vertrauen weitergehst, dass du ein gewisses Leuchtfeuer bist, wie es hier auf der Karte dargestellt ist, dass du dir zwar schon Zeit für Einkehr und zum Nachdenken nimmst, meine Liebe oder mein Lieber, lass die Ungewissheit und die Widerstandsgedanken wirklich weg, Denn wenn du wieder zu sehr in deinen kleinen Kinofilm hier reingehst, dann sagst du, jetzt kann der mich mal, jetzt kann der mich mal kreuzweise, der Esel, bei mir ist jetzt Schluss, ich setze ihm jetzt ein Ablaufdatum, wie bei Lebensmitteln oder so und so, also dann kommst du in dieses typische schnippische Verhalten rein und ganz ehrlich, hey, Leute, das ist völlig unattraktiv, das will kein Mann und hier ist es so, es bringt dir auch nichts, diese Abwehrhaltung, indem du dann sagst, so, jetzt kann er mal kommen, ich mache jetzt gar nichts mehr und ich werde auch nicht darauf reagieren, wenn er jetzt was schreibt, ich lasse den jetzt mal zappeln, ja, damit verzögerst du ja immer letzten Endes nur dein eigenes Ergebnis, ja, denn wenn jemand getriggert wird oder von dir positiv getriggert wird, unverbindlich, ohne Druck, ohne Ultimaten, dann bist du in der Positivität drin und dann reagiert auch jemand positiv da drauf. So, ja, wir haben den Mond und den Schlüssel, das heißt, auch der Mond kann auch unter anderem mal für eine depressive Phase stehen und der sollst du hier auch überhaupt keinen Raum geben. Definitiv gib ihr hier keinen Raum dieser depressiven Phase. Es bringt dir nichts, es wird dich nicht nach vorne bringen, es wird überhaupt bleibe wirklich, gib darauf Acht, hab Obacht auf dein Emotions, auf dein Seelenleben. Sei in der Harmonie, sei in der Ausgeglichenheit, sei im Erfolg, sei in der Anerkennung, sei im Ruhm, sei wirklich in dem, was du auch willst und sei dir sicher, verdammt nochmal, sei dir sicher, sei dir sicher, der Schlüssel sagt, du kannst dir sicher sein, mit Sicherheit wird es zu dieser Seelenverbindung kommen und mit Sicherheit wird es dein dual sein und das ist die Seelenanbindung, sei dir doch mal, wenn die, wenn alle Zeichen dafür sprechen, dass er deine Dualseele ist, dann hab jetzt deine Gefühle wirklich bitte im Griff, um endlich an das Ergebnis zu kommen und nicht immer mit diesen fucking Zweifeln unterwegs zu sein und dann lässt du diesen Zweifeln auch noch so ungemeinen Raum, dass es dich zermürbt und fertig macht. Nein, bleibe in der Positivität, bleibe dabei, bleibe bei dir, bleibe stabil, lass deine Seele glücklich werden und hab verdammt nochmal deine Emotionen jetzt im Griff. So, eine Ansage von mir, Entschuldigung, jetzt haben wir ein bisschen reingesteigert, fangen wir wieder bedächtig an mit dem Herrn. So, ja, darauf muss er aufpassen, dass er auch nicht, dass er jetzt wirklich auch dieses Transformationsthema annimmt, wir haben den Tod bei ihm, ja, der Tod ist auch der Anfang, ne, in jedem Ende steckt der Anfang bereits mit drin und das ist eben genau das, das ist diese schicksalhafte Geschichte oder dieser schicksalhafte Prozess, in den er jetzt geht und gehen wird, ja, sei auch da wirklich bei ihm, er muss ein bisschen aufpassen, weil sich einfach so vieles bei ihm dadurch ungemein verändert und hier ist es so, dass er wirklich das Achtungszeichen darauf hat, sagt, hey, guck dahin, lass von deinen alten Mist wirklich los, gib es auf, lass los, um frei zu sein, ein befreiendes Ende zu haben von deiner jetzigen Situation, nimm es jetzt mal an, es wird ihm ganz klar, der Fingerzeig geht hier drauf und sagt, hey, Transformation, jetzt musst du mal alte Mist hier loslassen und vielleicht auch gewisse Dinge neu ausrichten, sei es, vielleicht bist du noch in einer falschen Partnerschaft drin, dann musst du hier die Trennung einfach jetzt auch annehmen, ja, gib Obacht darauf, denn sonst, wenn du den Transformationsprozess nicht einleitest, dann wirst du verharren in einem ewigen Beziehungsdrama und das will ja auch überhaupt kein Mensch haben, ja, und manchmal muss man eben halt auch kleine Tode sterben, ja, es ist die Umwandlung, es ist die Erneuerung, ja, es ist das Ende einer Phase, es sind wirklich, man muss hier alte Gewohnheiten aufgeben, man muss sich seinem Schatten stellen, hab, Obachte drauf, stelle dich jetzt deinem Schatten, schaffe Platz für Neues, komm nach Hause, so, komm in die Stabilität, in die geistige, intellektuelle Verbindung, in, wirklich, du transformierst dich zu einem stabilen Menschen, der auf einmal Kommunikationsfähigkeiten zeigt, wo wir dann mal auch alle, auch ich, wenn ihr mir es berichtet, dann mal ganz erstaunt bin, dass es tatsächlich wirklich möglich sein kann, ja, und deshalb, hier, mach, diese Veränderung, so, wenn du übrigens dein intensives Reading noch haben möchtest, auch gerne noch während der Rauhnächte, das ist die beste seerische Zeit im Jahr, dann fühl dich eingeladen, indem du mal die Festnetznummer da unten wählst, das ist eine Festnetznummer, da entstehen dir keine Kosten, ich gehe auch immer ans Telefon, musst du nicht erstaunt sein, geht hin, also außer, Odin lernt es mal noch mein Hund, dass er ans Telefon gehen kann, aber ich glaube, da muss ich noch viel mit ihm üben, dass das möglich sein wird, dann kann ich deine Situation mit dir ganz intensiv beleuchten und ihr seht ja auch immer noch die Angebote, es ist der Winter Express noch möglich, mit guten 10 Minuten für 50 Euro, also 10, 12 Minuten und ich gucke, alle, die schon eine Beratung bei mir hatten, wissen, ich gucke nicht auf so genau auf die Uhr, ich hocke da nicht mit der Stoppuhr nebendran, du bist in dem Moment mein Wichtigstes. Mein Diamant und ich möchte den so facettieren und polieren, dass er der schönste Diamant ist, größer und strahlender als der Hope Diamant. So, und das können wir in der Beratung machen, aber auch natürlich in längeren Beratung oder auch in persönlichen Beratung, in Baden-Baden und im Januar mit einem Tag in München. Denkt auch dran, zum Ende des Jahres werden die Informationen zur Ausbildung mit Christoph und mir rauskommen, also auch dafür könnt ihr euch dann so, sag ich mal, ja, ab zwischen den Jahren sozusagen da mal informieren. Da haben wir dann mal das Konzept hopefully auch fertig und, aber es sind ja auch immer Dinge, jeden Tag hat man eine neue Idee dazu. so, worauf müsst ihr beide aufpassen, ja, Angst, Verlassenheit, Pech, das ist eigentlich die klassische, hier, fünf Münzen, ist immer so die klassische Not- und Elendskarte, ja, das heißt, dass man in die Angst hineingeht. Gehe nicht, lass mich in deinem Energiefeld auch mal in der Beratung arbeiten und dein Feld der Angst, dein Feld der Zweifel kleiner machen, ausreinigen, ähm, ausblenden, überblenden mit Positivität, ne, denn zum einen zeigt es auch, kann es auch mal eine finanzielle Abhängigkeit hier sein, ähm, das ist ein Hilferuf, diese Karte, ähm, beide haben hier Angst, dass vielleicht auch der andere gar nicht so will, wie man selber gerne möchte, ja, und deshalb rate ich dir auch hier wieder Anti-Zweifel-Button, ein absolutes Must-Have gerade hier, einen für dich auf ein Bild von dir, einen auf ein Bild von ihm. So, also, beide haben auch Angst vor Betrug, das ist auch die Karte, die Betrug zeigt, Betrug in finanziellen Angelegenheiten, aber auch in der Liebe, beide haben Schmerzen in diesem Bereich erlebt und deshalb muss man hier wirklich Obacht haben, dass das Ganze auch wirklich gut rausgeht. So, lass dich auf das Glück ein, wirklich lass dich auf das Glück ein, er ist das große Glück, er ist die Sonne in deinem Leben und bitte, 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 schaffe hier keine Verwirrung, sondern äh, gib Acht auf ihn, es ist auch dein, deine Perle und deine Hälfte, die zu dir gehört, deine Zwillingsflamme, die brennt, deine Dualseele, die dich zu einer Einheit erst machen kann und, ja, sei wirklich oder sage auch dir, Mensch, okay, wir sind uns beide wichtig. Wir machen noch eine, ein Wort, würde ich sagen, und das schauen wir uns jetzt gleich an. Ziehen wir uns noch ein Wörtchen hier raus aus den vielen, ich bin gespannt, was jetzt, es hat ja auch immer einen Grund, warum so ein Wörtchen hier herauskommt oder kommen will, ja, oh, okay, das würde ich natürlich begeistern, wie sehen die nächsten vier Wochen aus? Aha, das heißt, was kommt in den nächsten vier Wochen auf dich, auf ihn und auf euch beides zu? Für dich, für ihn, für beide. Fächern wir wieder ein bisschen auf. Gibt auch immer noch die Kurzberatung bei mir, bei WhatsApp, 10 Euro eine Frage, das gibt es natürlich auch immer und wie gesagt, auch für alle Zweifler oder die zurück ins Vertrauen müssen, wo die Zweifel wirklich, das kann ja auch an der Lebensqualität ganz, ganz, ganz vieles ausmachen, muss ich leider nochmal hier den Thomastag empfehlen, am 21. am 21. 12. haben wir den Thomastag, der Ungläubige Thomas, diese Zeremonie schafft Vertrauen, Stabilität, nimmt die Zweifel raus und ich glaube, dass es für viele etwas ist, deswegen suche ich mir immer so eine Zeremonie im Monat aus für die 20 Euro, die sich dann auch wirklich jeder leisten kann, die aber auch ein Thema einfach birgt, was ich weiß, dass es bei euch ein großes Thema ist, ja. Was passiert die nächsten vier Wochen bei dir? Wo? Gleich der Kaiser dazu oder wie es sie hier heißt, in dem Deck der Hierophant, ja. Der Hierophant, der, oder auch der Herrscher, in einigen Tarot-Dexts genannt, ist eine Karte, die erst mal zeigt, okay, wir gewinnen und erlangen wiederum eine große, große Stabilität. So, der Hierophant, der Papst, sorry, der Papst ist es ja, immer, sorry, da bin ich immer, muss ich wirklich sagen, Kai, der Herrscher und der Hierophant sind immer die zwei, wo ich immer ein bisschen durcheinander schmeiße, aber wir sind beim Papst, so muss ich sagen, und zwar habe ich sie gelernt, der Hohepriester, so, genau, und auch hier ist es so, dass der Hohepriester eine Schutzkarte ist. So, das heißt, die nächsten vier Wochen bist du erst mal beschützt. Ansehen, Loyalität, Erkenntnis, gute Gesundheit, ja, Erleuchtung, Bedeutungsfindung und du wirst deinen Vorsätzen treu bleiben, deinem Vertrauen treu bleiben und das finde ich eigentlich ein mega, ein mega Ding hier, weil auch hier die gekreuzten Schlüssel drauf sind, die sagen, du kommst in deine emotionale, stabile Sicherheit zurück. So, und dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier haben für die nächsten vier Wochen. Wir haben schicksalhaft die Blumen und das Kreuz. Das heißt, die Romantik verstärkt sich mit Kreuz. Da die Blumen rechts davon liegen, alles was immer rechts der Blumen liegt, verstärkt sich, ja, das ist schon mal, was rechts am Kreuz liegt, verstärkt sich. In dem Fall die romantische Phasen, die Treffen, die Einladungen, die Geschenke, also es wird vier Wochen eine tolle Phase werden, wo du viel erleben wirst, wo du viel erhalten wirst, wo sich schicksalhaft auch gerade in Sachen Ernährung, Romantik, Liebe, bisschen rumfummeln, bisschen rumknutschen, eigentlich ganz gut werden wird. So, was passiert die nächsten vier Wochen bei ihm? Ui, auch eine Trumpfkarte, das ist natürlich super, also er hat beide schon mal Trumpfkarten und das Tolle ist eigentlich auch hier wieder, dass wir hier die Fünf haben und hier haben wir die Zehn, das ist natürlich gerade die Verdopplung davon, ja, also es ist eine Karma-Karte, in jedem Falle, das heißt er geht in seine karmischen Prozesse rein, es ist die Vorsehung, es ist der ständige Kreislauf, es ist eine unaufhörliche, universelle Bewegung, die hier mit angezeigt wird, er steuert auf vier Wochen Veränderung, Neubeginn und sehr viel Glück zu, um es einfach mal ganz kurz und klar und knackig zu sagen, ja, so, und mit Haus und Reiter kann man jetzt auch sagen, er bricht aus seinem gewohnten Umfeld auch aus, auch das ist also möglich, ja, dass er jetzt wirklich hier ausbricht, ja, sollte er noch in irgendwelchen Familiendingen festhängen, aber es kommt zur Aktivität, er geht aus der Stabilität in die Aktivität rein, das heißt, er wird sich mehr melden bei dir, du wirst dich sicherer fühlen, er vermittelt dir ein Gefühl von Sicherheit, was hier kommen wird, sehr schön und ha, ha, auf zu neuen Ufern, eure Karte für die nächsten vier Wochen, sechs Schwerter, also hier geht's jetzt, hier in den, die nächsten vier Wochen werden entscheidend sein, denn hier beginnt jetzt die neue Phase und ja, man muss halt sich halt manchmal auch auf unbekanntes Land vielleicht auch einlassen, ja, es ist die Hilfe, die kommt, es ist, kann auch die Reise sein, vielleicht fahrt ihr auch weg, das ist auch so im Grunde die klassische Reisekarte hier, ja, und auf zu neuen Ufern ist wirklich so, es geht jetzt los, ja, es setzt sich hier was in Bewegung und wir trennen wieder, und ey, ich hab sie gezogen, es sind das zweite Mal beide da und ihr habt's gesehen, ich hab gemischt und gezogen, es trennen sich Blockaden, Trennung von Blockaden, Trennung von Hindernissen, Trennung von Anstrengung, ja klar, wir gehen jetzt in die Leichtigkeit hinein, wir nehmen jetzt mal unbekanntes Land einfach an, für dich, für ihn und das bereits in den kommenden vier Wochen, ja, das sind die Flammen der Liebe, ihr wisst, das Orakel ist allgemein gültig, ich finde es toll, wenn du da damit in Resonanz gehen kannst, wenn du sagst, wow, es ist meine Situation, ich fühle mich da aufgehoben, dennoch sollte man immer den Blick individuell in deinen Schicksalsstrom werfen, dazu habe ich die Fähigkeit auch in der Akasha-Chronik zu lesen, ich sage mir, ich nehme es wahr wie ein Daumenkino, wo die Ereignisse so ganz schnell sich abspielen, deswegen bin ich auch schnell in den Beratungen, telefonisch gibt es bei mir höchst selten eine Stunde, biete ich eigentlich grundsätzlich gar nicht an, es ergibt sich dann höchstens über eine Verlängerung, die Stunde könnt ihr haben, wenn ihr zu mir nach Baden-Baden kommt, da ist es dann nochmal was anderes, ihr dürft auch immer aus allen Beratungsmethoden auswählen, sei es, dass ihr einen Energiebooster wollt, Astrologie wollt, Karten legen, wenn ihr sagt, Tarot-Karten, weiß es vielleicht nicht so, man kann sich nicht nur Lenormand oder Skat oder Kipper oder sonst was legen, alles kein Problem, ich bin wie gesagt in den Beratungen ganz für dich da, aber es lohnt sich auch mal den Blick individuell auf deine Situation zu richten, ab Januar gibt es auch wieder ein Monatscoaching, das gab es jetzt die letzten zwei Monate, weil einfach so bei mir selber sehr viel passiert ist, habe ich das nicht angeboten, aber da gibt es wieder das Monatscoaching mit den täglichen Coaching-Impulsen, einem großen Coaching-Gespräch, was wir zusammen machen und da nochmal zwei Feedbacks, dass also innerhalb des Kreislaufs des Monats, was wir da machen können, das ist dann wieder monatsweise buchbar, also entweder in einem Ein- oder einem Drei-Monate-Paket wieder buchbar, könnt ihr mich dann auch mit ansprechen, ich bin zertifiziert, habe Business-Coach, ich habe Wirtschaftspsychologie, studiert mit dem Schwerpunkt Sexual und Paartherapie im Marketing-Bereich, ja, das klingt ein bisschen kurios, aber es waren so die Themen, die mich halt alle interessierten und bin ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie, aber wichtiger ist, dass ich eine Familientradition mit über 220 Jahren hier fortsetze und das in siebter Generation mache und diese Gabe wird bei uns vererbt und auch und das Schöne ist auch, dass die Gabe auch in der Familie schon in der Generation nach mir wieder da ist und also auch da fortgesetzt wird und ich denke, ich kann euch auch immer sehr viel Schönes, sehr viel Spannendes auch zeigen, ich kann vielleicht auch mal, ich habe es überlegt, vielleicht auch mal mit dem Odenwälder Tisch schön ankommen, wer das noch nicht kennt und ja, mein Schwerpunkt sind aber halt natürlich auch, ist viel die Energiearbeit, viel die Zeremonien, die ich mache, weil die einfach ungemein den Menschen helfen und zum Erfolg führen, aber auch das klassische, das klassische spirituelle Coaching ist ein Mix aus klassischem Coaching und aber mit so einem, ja, Funken Spirit dabei. Könnt ihr euch überlegen, könnt ihr mich anschreiben dafür, ich wünsche euch einen tollen zweiten Advent, Leute, genießt es, vielleicht genießt ihr auch mal ein Glühwein und irgendwas auf dem Weihnachtsmarkt, eine lecker Schlemmer, Gusto, irgendwas Schönes da, ja, jetzt kommt, jetzt kommt Oden an, ja, du darfst auch mal mit auf den Weihnachtsmarkt, ne, und ja, genießt einfach ein bisschen diese wunderschöne Vorweihnachtszeit, ich wünsche euch ganz viel Erleuchtung und hört euch das Wochenorakel an, denn die Woche wirkt Wunder, bis dann, von Herzen, ich hab euch lieb und vielen Dank für euer Feedback, für euer Dasein, für eure Unterstützung, auch in meinem Veränderungsprozess und bis dahin, alles Gute, dein Malkiel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020